Wir wollen keinen Ärger, lasst uns in Ruhe. Trauerspiel, ich gebe euch ein Trauerspiel, arrogantes kleines Ding. Ihr habt es von Anfang an so gewollt. Zieht euer Schwert. Klingt nach einer Herausforderung. Hey, Bärin, Peter, Lindin, dieses kleine Würstchen da, diese kleinen Würstchen da, meinen wohl, sie könnten es mit uns aufnehmen. Junge, Junge, da habt ihr euch was aufgeheizt. Wir sind keine Provinzstadt-Abenteuer, wir sind fast schlechte Burschen aufs Tiefwasser. Vielleicht wollt ihr es ja auch überlegen. Ich glaube, ihr Psychopathen braucht mal eine Lektion, wir werden sie euch erteilen. Seht, wir wollen keinen Ärger, also werden wir es einfach weiterzwingen und zu tun, als wäre nichts passiert. Nehmen wir mal das. Oh, und was für eine Aktion soll das sein? Wollt ihr mir mit eurem großbösen Schwert den Hintern versorgen? Hey, Jungs, zeigen wir es diesem Willen. Aha. Little Lord! Ja? Oh ja, verstricken. Okay. Wir haben schon was drauf, muss ich sagen. Deswegen werde ich jetzt erst mal, äh, die umgehen. Na, warum denn ich? So gut es geht. Worum geht es, ihr braucht nur zu fragen? Oh, das sind viele Basilisten. Ja, lasst ihr uns ordentlich verdrechen. Lasst ihr uns ordentlich verdrechen. Ich auch, warum denn ich? Oh. Wann hat denn das nachgelassen? Ich habe keinen Bock, zu aiden. Aha. Hm, Lehrer, frisch mal... ...den Versteinerungsschutz auf. Wie kann ich, wie ihr wünscht? Ich, warum denn ich? Alles geht nicht, was wir uns ordentlich verdrechen. Was, Sir? Ja, wie ihr wünscht. Besser ist erwischt, die Einleitung. Äh, jetzt hat's, äh, Bikonia erwischt. Wie kann ich helfen? Ja, mein Schatz. Ja, mein Schatz. In Ordnung. Worum, wie ihr wünscht. Kommt, nervt jemand anderem. Ja? Wie ihr wünscht. Und jetzt hat sie mich versteinert. Sehr schön. Aha. Wie kann ich, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Kommt, nervt jemand anderem. Worum geht es? Lasst sie uns ordentlich verdrechen. Ja? Ich, äh... Das wird kein Schnellsagen. Hm, hm, wie kann ich... Nicht die da oben angreifen, du scheiß Passivist. Ich höre zu, es soll noch weitaus beliebiger werden, als ihr es euch vorstellen könnt. Wie kann ich helfen? Worum ihr braucht, nur zu fragen. Lasst sie uns ordentlich verdrechen. Oh, Monster herbeirufen. Das ist natürlich... ...etwas, was ich gerne lernen würde. Das war ein Zauber der dritten Stufe, die ich noch nicht kann. Ja? Wie ihr wünscht. So, jetzt werde ich mich mal kurz dünne machen. Und mir erstens eine Stein-zu-Fleisch-Schriftrolle im Tempel kaufen. Also erstmal zurück nach Berikost. Ihr braucht nur zu fragen. Und da kommen wir genau da raus, wo wir rauskommen sollten. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Für nur ein klitzekleines bisschen mehr kann ich alles machen, was ihr wollt. Ah, Brennulli, da seid ihr ja. Wir haben eine Möglichkeit gefunden, die Übersorgung des Eisens entgegenzuwirken. Ich habe es schon an meiner Ware ausprobiert. Soweit wir sicher gehen können, dass es wirkt. Wenn ich euch unsere Ergebnisse runter nach Naschke schicke. Aber jetzt kommt erst mal her und schaut euch den Angebot an. Ich denke, ihr werdet feststellen, dass es ein wenig besser ist als zuvor. Für nur ein klitzekleines bisschen mehr kann ich alles machen, was ihr wollt. Kurzbogen plus eins besitzen wir ein. Langschwerter, Kurzschwerter. Brauchen wir alles nicht. Ich brauche erstmal... 4 Stacks, 12 Stacks, 16 Stacks, Bolzen. Dann würde ich sagen, 8 Stacks, Kugeln. Vulkanisch, Giftdolch, Nö. Oh, Qualitätssachen, aha. Das sind halt dann Sachen, die nicht kaputt gehen können. Aber bringt uns alles nichts, weil wir haben schon magische Waffen. So, Nera hat Spinnennetz gelernt. Wie kann ich... Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, dann gehen wir jetzt in den Tempel und tun eine Stein-zu-Fleisch-Schriftrolle. Und ja, wir sehen Heilung. Dorn, einmal Stein-zu-Fleisch. Danke. Worum geht... Ich werde mich im Handumdrehen... Wie ihr wünscht. So, und dann gehen wir wieder im Unterwinsgarten zurück. Weil da gibt es auf jeden Fall eine Statue, die wir entsteinern können. Feinde haben ihnen aufgelauert. Sie müssen sich verteidigen. Was ist das? Ich tue... Ja. Ja. So, es wartet, die etwas Geld bei sich hatten. Wie kann ihr braucht, nur zu fragen. So, Quicksave machen. Rasten. Wie ihr wünscht. Wir gehen jetzt wieder hier oben zu Unterwinsgarten. Weil eine Statue hier können wir. Ach. Neue Tasslui. Oder vielleicht frostigen. Das wird kein Schneller-Told. Ach ja, und wegen der Quest mit, ähm... Ja. Theorum hat eine Möglichkeit gefunden, die Ausführung des Gifts der Kuppe rückgig zu machen. Er verkauft nur Waffen, die nicht mehr brüchig werden können. Das sollte dabei helfen, die Zustände der Schwertküsse wieder zu normalisieren. Wenn auch nur langsam. Sagt an, wo ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja? Ihr braucht nur zu fragen. So, hi. Ja? Ja? Wer seid ihr? Was ist passiert? Ruhig euch aus. Ihr wart vermutlich eine lange Zeit versteuert. Wir haben euch gerettet. Was könnt ihr uns als Belohnung anbieten? Mein Name ist unwichtig. Es zählt allein, dass ihr frei seid. Wir haben euch gerettet. Befreiung? Aber ich kämpfte doch gegen Neuen und auf einmal konnte ich mich nicht mehr bewegen. Ihr habt mich befreit? Ich soll euch wohl zum Denken etwas anbieten, obwohl mir ein Atomfall gar nicht gefällt. Ich habe wenig, dass ich euch geben konnte. Ihr wollt bestimmt Gold oder Wubel nicht, wa? Ja? Entschuldigung, wir hätten nicht in dieser Form einen Vorteil aus eurer Lage ziehen sollen. Euer Dank ist Belohnung genug. Was immer sich in eurem Bewusstsein befindet, gehört verdientermaßen uns. Ohne uns wärt ihr immer noch tot. Da habt ihr wohl recht. Obwohl ich mich jetzt in einer misslichen Lage befinde. Ich besitze wenig in der Welt und habe nichts Wertvolles bei mir. Anstelle von Münzen will ich euch das geben, was mir am liebsten ist. Ihr könnt mal ein Haus haben, wenn ihr wollt. Ja, ja, gut genug geredet. Wo ist es? Es ist ein wunderschönes Haus, direkt an einem kleinen See südlich von Berigos gelegen. Ich weiß nicht, wie lange es schon unbewohnt ist, aber es wird euch ganz sicher gefallen. Ich denke euch nur umkehren. Und verabschiede mich. Ja. Tamahas Befreiung. Ich weiß zwar nicht, was wir mit deinem Haus sollen. Nachdem wir sie von der Versteigerung des Basilisken befreit hatten, hat mir Tamari ihr Haus am Seeufer südlich vom Berikost an. Offensichtlich stand es eine ganze Weile leer. Ja, wir haben ein Haus. Und unser Ruf hat sich endlich mal verschlechtert. Weil wir einfach gierig sind. Ich meine, wir sind neutral böse. Das heißt, alles, was wir machen, ist eigener Vorteil. Oh, selbst ein Bären hat es versteinert. Ganz ehrlich. Diesmal schützen wir verloren. Worum ihr braucht, nur zu fragen. Ich höre zu. Ja? Ihr braucht nur zu fragen. So. Wie kann ihr brauchen? Nur zu fragen. Gut. Langsam sollten wir ja auch die Basilisken los sein. Heilbären. Worum geht, wie ihr wünscht. Ja? Ihr braucht nur zu fragen. Versucht schritt zu halten. Versucht schritt zu halten. Wieg, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Lass sie uns ordentlich vergleichen. Oder dann vielleicht machst du dich tun. Ich weiß nicht, du kannst dich machen. Nur, st mil garantieren das pussy Ich bin dran. Ofach ribe. Raus. Ja. Er raus. Ich bekomme nichts mehr.